Also ich bin echt begeistert. Solche Spiele findet man heutzutage nicht mehr auf. Ich bin halt einer von der alten Schule in Anführungszeichen. Moment. Besonders nach unten. Hier, hier und da. Lass uns die Servanten arbeiten. Spiele. Sowas, das sind Spiele. Boom. You have to be swift, when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Is it all this a bit excessive? You can never be too careful then. Nimm die Kiste. Jetzt hab ich schon wieder in Shisha-Schlauch gesprochen. Böse. Da sieht man auch mal, also solche Physik-Spielchen sind einfach genial. Altstadt and Brennenberg Castle. Ist ein Prussian noch mal kurz? Prussian? Wo ist die Preußischen? Ja, ne? Ich glaub, Janine hat Probleme mit ihrem Plan. Pah. Frauen. Die Agrippa. Oh Gott. Ich glaub aber noch, dass Heinrich männlich ist. Ich glaub aber noch, dass Heinrich männlich ist. Ich glaub aber noch, dass Heinrich männlich ist. Ja, die Agrippa. Ja. Hm. Vielleicht war er mal männlich. Weißt du ja nicht, ne? Kannst du ja fragen, wenn du's noch siehst. Danke für's für eine große Veränderung hier. Ich hab einen großen Veränderung hier vorgelegt. Mhhh. Ja, gut. Ich glaub ich jetzt noch acht Stück. Das reicht schon. Ja. Ich glaub ich irgendwie da war was, ne? Genau. Ich glaub ich irgendwie da war was, ne? Ich muss jetzt den bischen Bücher, glaub ich, in der richtigen Reihenfolge. Reinschieben, oder? Oder rausziehen? Ne, du musst sie einfach nur schnell, schnell wie es geht, alle rausziehen. Ja. Noch sind sie lieb, die Leute. Ach, der Schrank, dein bester Freund. Ich liebe Schränke. Ja. Kann man sich so verstecken. Was ist denn das für ein nutzloses Ding, da oben auf dem Tisch stecken? Noch lächeln. Der ist stark. Raus. Verbrennen. Plasphemie. Ja. Will um den Schuhl zu beten. Ja. Win Setter. Bah. Bäh. Bäh. Ah! Das war ein hübscher Streit. Sehr schön. Ah, geh zu! Ich hör nichts, da ist nichts. Ich hör was. Ne, jetzt ist der Schrank. Na, na jetzt! Ja, jetzt sollte mal jemand ölen, warte mal. Angst vor Holz. Kann ich vor Öl fallen? Auf den Schrank? Alexander wird's dir danken, wenn du sein Möbel ja... ...öhlst. Ich geh lieber so rum. Ich hab Angst. Ja, das ist das, was ich gemeint hab. Das Spiel ist ein Arschloch. Der Schlüssel, den du hast, der ist jetzt für'n Weinkeller, ne? Ja. Du musst raus hier! Nettes Bild. Das erleichtert mich. Ahem. 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 Oh, nicht. Wie ist was? Ah nee, das ist das Schrank. Oh Gott, hey. Mann, mein Herz. Alles ist gut. Alles ist gut. Mein Kopf ist schmerzt. Oh, Weinzweller. So, bevor wir in den Weinzweller gehen... Geh ich mal kurz aufs Klo. Ja, und ich muss auch mal ganz kurz was machen. Wir sehen uns gleich wieder! Ja. Ja.